Montag, der 18.03.2024 und damit herzlich willkommen zum Unser-Sammler-Team-Osterkalender 2024. 15 Tage lang bis Ostermontag sind wir jetzt jeden Tag für euch da und öffnen ein neues UI der neuen Oster-Kollektion und wie in jedem Jahr die gleiche Figur morgen enthalten, öffnen wir so lange UI, bis wir wieder eine neue Figur haben. Das heißt, immer auf darauf folgenden Tagen darf die Figur nicht doppelt im Ei sein. Ich freue mich heute auf das erste Oster-UI dieses neuen Osterkalenders und lasst gerne einen Daumen nach oben da, erzählt Freunden und Familie davon. Wir freuen uns über jeden neuen Zuschauer und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim ersten UI im Osterkalender 2024. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war also der erste Tag im Unser-Sammler-Team-Osterkalender. Wir sehen uns natürlich morgen hier wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis morgen, ihr Lieben, beim großen Oster-Countdown bei Unser-Sammler-Team.